Musik 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 Die Kirche ist in der Kirche. Und was das denn da jetzt ist? Ja, ein bisschen aufrecht. Ich hab das eigentlich mal selbst zu uns die Noh, oder? Ja, da kannst du das ganz gut vormachen, kannst du auch aufs Durchsicht schauen. Das ist das auch mit dabei. Ich bin aber letztens die beiden Schuhe, weil die sind ja schon richtig. Ja, aber hier war ja... Im Gegensatz zu Monika will ich ja ins Internet. Lass doch mal das Kind nach vorne, die Frau ist eine Kalbsroulade. Ich habe hier für den Günther schon mal einen Hoffstuf. Diese Polarflug-Geschichte da in München. Aber das ist arg teuer. Die Nähe, die heute Morgen lag, alles nur im Nebel. Ah ja, das glaube ich. Und es ist die Sonne drauf. Toll! Wir gucken, wie es heute Abend ist. Dunkel! Ja, wie frisch ist das? Ja, wir sind um 5 Uhr Köln. Ja, wir sind um 5 Uhr Köln. Schade. Ja, bis Bonn vielleicht noch. Aber dann... Das ist gut. Hast du gesehen? Dann hast du toll. Nein. Das ist aus dem Schiff. Okay. Das wird hier reinfallen. Auch bald kommen. Ja. Ja, es wird ja alles gut gemacht. Weimar und Ja, wir klären. Ja. Ja, wir klären, die sind noch mal für die kleinen Köln. Ja. Das ist gut. Ja, ich gebe es heute Abend. Oh, es geht runter. Und da! Ja, ich gebe ich jetzt mal. Oh, es geht weiter. Die Rauchschlagen sind gut. Meine Güte. Wie oft sind hier ist der Rheingold und du jetzt schon auf lukulischer Fahrt? Nächstes Jahr machen wir unser Fünfjähriges, also viermal haben wir jetzt gemacht, wir machen fünf. Was ist denn so der Reiz an der Fahrt? So eine Landschaft während dem Kochen habe ich weder umschlief noch sonst wo. Sekündlich ändert sich das Schema draußen. Und du kannst auch mal gucken, richtig. Die Loreley hat dir gerade vorhin zugewogen, da kommt wieder unser Guter. Und der Spitzenkopf kommt wieder vorbei gefahren, ja. Wie viel sind denn heute bei der Fahrt dabei ungefähr? Wir hatten heute 81, also zwischen 80 und 90 haben wir immer. Und wenn du einen Wunsch hättest, wo du mal hinfahren würdest mit dem Rheingold, wo würdest du denn gerne mal hinfahren? Ja, wir sind jetzt ein paar mal die Rheingroute gefahren, vielleicht mal runter in Mosel Richtung Trier. Trier, wäre eine Idee. Das muss man machen. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, ganz sicher. Wunderbar. Das ist ja eigentlich so gut wie alles eckiger und jetzt habe ich die hier dazu geschmissen. Der Runde muss raus. Der Runde muss raus. Die ReOSSF-Kwhissel. Die ReOSSF-Kwhissel. Die Rebellion. Wachstum So ist der Stein, hier in der Norddeutschland 95 gestanden, Mitte 01 Uhr zu 1.4 Uhr war, kann sich so liefern. Ja, das hängt nicht, ich hab mich aber eh mit zusammen. So, Ich melde mich auf. Ich melde mich auf. Ich melde mich auf. Doch, wir sind auf der hohen Zauberfläche. Also meinungsprünktlich. Auf Tour. Für uns Jahresabschluss. Letzter Juni-Wochen. ... Untertitelung des ZDF, 2020